Es landen noch mehr Feinde. Wir werden nicht mehr lange sicher sein. Haben wir den Schlüssel. Du musst ihn an dich nehmen. Verstecke ihn gut, damit der Unicron niemals in die Hände fällt. Aber Aeplink, wir können kämpfen. Nein, den Transwarp-Schlüssel zu beschützen ist alles, was zählt. Geh, nutze ihn zur Flucht. Was wirst du tun? Ich halte ihn auf und verschaffe euch Zeit. Dann bleibe ich bei dir. Das ist mein Kampf. Hör zu. Wenn Unicron diesen Schlüssel hätte, dann könnte er ein Portal durch Raum und Zeit öffnen und keine einzige Welt wäre mehr vor ihm sicher. Jetzt ist es, an dir die Maximals anzuführen. Optimus Primal. Du bist also der große Krieger dieses Planeten. Du hast so eine wunderschöne Welt. Gesegnet mit einer Fülle an Leben. Köstlich. Mein Meister ist hungrig. Gib mir den Transwarp-Schlüssel und er wird deine Heimat verschonen. Lieber sterben wir, als ihm andere Planeten zu opfern. So sei es. Einer der Vorzüge, wenn man dem allmächtigen Unicron dehnt. Die lernen nie dazu. Es ist zu spät, Kölsch. Dein Meister wird für immer in dieser Galaxis gefangen sein. Nein. Sein Opfer wird unser Schwur sein, den Schlüssel zu bewahren, wie hoch der Preis aus sein mag. Du hast sie mit dem Transwarp-Schlüssel entkommen lassen. Durchsuch das Universum und finde heraus, wo die Maximals sind. Wenn du den Schlüssel erbeutet hast, setze ihn ein, um mich zu dir zu holen. Ja, Gebeter. Und sobald der Schlüssel mein ist, werde ich allein über alle herrschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017